So Leute und willkommen auf der Anti-Mission Crew. Ich wollte hier mal so eine kleine Ansage machen, nämlich ist euch bestimmt aufgefallen, dass ihr nicht dienen werdet. Sondern ich bin jetzt hier Kilian V, also Physiker, und wollte so eine kleine Ansage machen, nämlich habe ich meinen alten Shrek gequittet. Und werde jetzt hier auch Sachen auf der Anti-Mission Crew hochladen. Also ich bin so gesehen beigetreten der Anti-Mission Crew und ich werde auch regelmäßig Intros hochladen.